Ich krieg das einfach nicht hin. Ich krieg das einfach nicht hin. Ich krieg das einfach nicht hin. So. 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 Boah, das... So, jetzt kommt wieder hinter uns was. So. 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 ganz. So. 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 Ich packe mal mein Nachtsichtgerät drauf. Ich glaube, das ist hier gar nicht mehr... Was soll ich denn machen? Okay. Erstmal Munition aufheben. Ganz ruhig. Mir ist hier sowieso nicht so viel davon. Boah, das mit dem Ruckeln, das geht gar nicht. Ich muss irgendeinen Weg finden. Wartet mal kurz. Nein, nicht schon wieder. Ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Okay. Die Festplatte läuft voll durch. Zack. Ich brauche wahrscheinlich einfach eine andere Festplatte. Nach unserem Gefecht mit den Faschisten schien der Weg einfacher zu werden. Wieder einmal lag ich falsch. Fast da. Ullmann müsste an der schwarzen Station warten. Ja, warum solltest du auch... Vorsicht! Ducken! Verdammt! Oh, wie... Mussten die all diesen Schrott bauen. Pass auf, sonst wirst du erschlagen. Also, ducken oder schießen! Ja. Unheimlich hier. In diesen Tunnels musst du immer aufpassen. Eine Sekunde unaufmerksam, dann bist du tot. Da gab es diesen Vorfahr. Nur seine Stiefel blieben übrig. Okay. Hör zu, wir kommen bald an der Station an. Sie sollte verlassen sein, aber sei auf alles gefasst. Gut. Licht. Hier muss jemand sein. Erledige ihn, Aktion. Schließ die Tore. Hallo? Ich kann nicht schießen. Wir brechen durch. Dies ist der Start. Jetzt müssen wir schnell hier aufkommen. Und ich kann noch nicht mal zielen. Boah, ist das einfach nur ein Gemetzel. Nein, ich kann noch nicht mal zielen. Ich kann noch nicht schießen. Gut. Ja. Ich wette, dass sie einen Wagen haben. Scheiße. Die hab ich vollkommen nicht gesehen. Wo denn? Wo soll ich denn dranbleiben? Ich bin völlig idiotisch orientiert. Ups. So sieht man auch nicht viel mehr. Naja, vielleicht seht ihr ihr so mehr. Ich weiß es nicht. Nein. Schade. Ich dachte, das würde einstürzen. Das ist der Bau. Ich habe so viel davon gehört. So sieht es also aus. Weiter hinten. Gerade. Ein. Oh mein Gott. Hallo. Du bist tot. Hallo, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ah. Da. Hey. Hey. Mike. Ciao. Hey. Hey. Hello. Oh my goodness. Hä? Gucken. Natürlich. Das hätten uns längst die Hände gebrochen. Oh mein Gott. So was verrücktes kann es aber auch nur hier geben. Komm, 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 komm. Fein. Oh, ich muss aufhören. Also, bis zum nächsten Mal. Hau rein.